Naturblond Also kurze Habe sind bei mir braun und wenn sie länger werden, dann werden die Spitzen irgendwie... Oh krass, das nennt man Extensions Okay, das heißt du bist, das heißt du bist halt blöd Was? Du kannst sie ja färben, das ist künstliche Intelligenz Ja, war nice Geil, das war schon in der Aufnahme Ja, das habe ich vorgeschlagen, weil wir das letztes Mal hatten, als wir am Ende nur noch getalkt haben Ah, okay Pornalove Die Map ist so nice Habe ich ausgesucht, was wundert dich? Ich kenn die gar nicht Ja, passt schon Ich kenn die auch nicht, aber die sieht verdammt aus, ich muss nur noch Waffen finden Ich wollt grad sagen Lustiges, ich weiß wo Waffen sind Ja, weil du schon allein drauf warst Ich hab's aber wohl ne Waffen Und ich suche jetzt noch Waffen Hier im Bad sind Waffen, ne das ist keine Waffen, das ist ein Zahn Ich suche Waffen Ich suche Waffen Waffen Also ich hab auch keine, also ich bin Trader, könnte man ja auch für holen Das ist das Ja, macht hier die Tür gerade Scheiße Ich verpiesel dich Ohne Scheiße, ich find die auch keine Waffen, hä? Ist das ne alte Version oder so von damit? Ne Ich wollt grad in die Option gehen Okay, das klang so, ist wieder Rayon gestorben Rayon ist gestorben Aber Rayon konnte doch fliegen oder war ich kein Fliegepony? Du war der einzige in der Nähe Ich dachte, er ist ein Fliegepony Ein Fliegepony Ein Fliegepony Ist das dein Ernst? Hallo Hi Die Map hat keine Waffen Pass mir mal durch, ich brauch ne Waffe Ja, ich brauch auch ne Waffe Ja, wir brauchen alle Waffen Die Map hat keine Waffen Flieger drum Halbtraudern 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 Ich hab das Gefühl, die Map ist irgendwie Die hat keine Waffen, verdammt Wo gibt's denn hier immer Waffen? Keiner Waffen Wir sind anscheinend Ja, irgendwie Das macht die Map ein bisschen kacke, ne? Ja, irgendwie schon Aber lasst uns mal darüber gehen Vielleicht finden wir da drüben was Wo geht's denn hier überhaupt raus? Ich hatte halt auch in diesen Kartons sind Waffen drin, aber irgendwie nicht Ja, war auch meine Hoffnung Komm ich Ich ertrag's nicht Warte mal, ich guck mal, ob da unten vielleicht Waffen sind Hür zu, ich muss kacken Äh Lara, Lara ist es Was? Ohohohoho Ich wusste doch, dass er tischli ist Oh Lila Was wird das? Ich Du fliegst da auch da hoch Ohohohoho Du fliegst da einfach aufs Dach auf Du scheiß Nacktsau Mach der Ponies Mach der Ponies Du hast mir Aufmerksamkeit verdient Was? Du hast mir Aufmerksamkeit verdient? Ja, vielleicht Sorry Was? Was? Wo bist du denn? Entschuldigung, Zürcherer? Ja, ich Ich bin jetzt am Dach oben Wo Ist Das steckt Weiß ich nicht Hey, was ist das hier? Versteckt mich Oh! Ich hab da einen Teleporter gefunden Nein, Pony! Aber hier gibt's keine Waffen Runter Hier gibt's wirklich keine Waffen Ja, ich flieg doch gerade rum, es gibt keine Waffen Hallo Hä? What the fuck? Hey, ich ändere dann mal die Nein, nein Die nicht Hä? Wir müssen einfach runter Hä? Was? Was? Wo runter? Wie runter? Spezifikation! Ich weiß es nicht Spezifikation! Ach, hier Oh, oh Wart mir vorbei Spezi! Moment mal, hier sind Kisten Da ist nichts drin Da ist auch nichts drin Mein Spiel bugged Wann liegt das? Vielleicht bin ich auch dumm Allah! Allah! Glaube ich sogar tatsächlich eher Nein, ich bin intelligent Mit Shhh Ja, ja Intelligent 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 Ich bin trans-intelligent Ja Spezifikation! Hi Aua Das war ein netter Klaps auf'n Popsch Auf'n Popsch Leute, wir müssen hier runter, hier geht Lera Das ist ehrlich klar verfolgt Kommt, hier geht runter Da ist auch Lera Wir stalken dich jetzt Lera Ich bin nicht Lera Ich bin Lera Ich bin Lash Ich bin Lash Wer? Der Wolf ist bei mir Shell aus Portal Portal Pfff Da war ein Portal in der Grafik, wo man Menschen erkennt Was? Jetzt will ich keine Waffe Ohne Schei Aua Ja, ist klar Chris, Chris Chris, ja, ciao Also noch bin ich nicht tot, ich darf nur reden, ciao Chris G Was? Was? Wieso ist mit sich jetzt schon wieder? Was hab ich denn getan? Gigi Diagostino Hä? Ich bin Fly Ich bin Fly Ich bin Fly Aua Da Boden ist Wald Leute, ich schrei auch noch, es ist Chris, es ist Chris, hört niemand auf mich? Doch, aber ich wusste nicht, dass er mich aus der Entfernung erledigen kann mit seinem, was auch immer er hatte Das war ein Home-Him-Pick-Chin Ich hab ihn natürlich mal gesehen Leute, wir sollten die Map wechseln Ja, die wechseln wir Ich dachte, hier gibt's vielleicht irgendwo hinten Waffen, aber gab's auch nicht Nein, nein, nein Hör doch mal auf Pony Moment, ich weiß, was wir als A-Kompass was einnehmen Wasserfall Äh, du weißt, was ich meine Bist du Gargamel? Was? Gargamel? Bist du Gargamel? Also er ist so hässlich wie Gargamel Das ist schon für Als Maul Guck dir die Felskimmer Nein, Pony, map hier Pony, liebe Pony So, einen Moment, ich ändere die Map Ich ändere die Map Ja, warte, vielleicht bin ich gleich Trainer Kann man, kann man wer irgendwie Peacemaker und so machen? Was ist das denn? So als Finale Was bist du denn? Ja, frage ich mich auch drauf Hört auf, den Traitor zu töten Warte, das wäre ich Traitor Oha, what a world Jaaaa Vielleicht soll man auch mal offiziell anmoderieren Das wäre auch mal ne Idee, oder? Ja, das wäre ne Idee Kommt alle, kommt alle in die Er ist hässlich Nicht töten, bitte Nicht töten Nicht töten, okay Mondmeier Ich möchte aber noch ein Hier fehlen noch deine Eier Boah, hässlich Töten Das ist TNT TNT Terroristen nicht töten Terroristen nicht töten Was? Nein TNT Kommt jetzt mal alle her, hier bitte? Krieg den BF Den DFB Was? Wer ist DFB? Krieg den DFB TNT Gut, da hinten ist du, oder? Wir haben moderiert an Hallo bei TTT Immer der, der fragt Was? Ja, gut Tschüssi tschi tschi Kommt ihr mal her jetzt alle? Ja, ich hab auf die Fenster geschossen So Sind doch alle da? Das ist echt Also Ich moderier dann mal an, wenn's andere tut Die Runde ist gleich noch zu Ende, Mann Ja, das ist beeindruckt Drei Minuten Ach, wer weiß denn, da musst du Traitor Also, fünf, vier, drei, zwei, ein Fiff 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 Jau, Leute Herzlich Willkommen TTT Ah Ich versuch' immer noch die Audio einzustellen Leute, du musst das mir in Brunst sagen, du musst die Leute heiß auf deinen Scheiß machen Ach, das hat sich so rein Das ist mein Karma grad nicht so gut Obwohl ich den Traitor getötet hab Das versteh' ich nicht Mein Karma ist krass, guck dir sag mal, ich hab das beste Karma Bis auf Mondmeier, der ist auch krass Oh Oh Die Ponys haben einfach das beste Karma, da haben wir's wieder Du hast da Blut an deinem Hab aus dem Game getappt, hab aus dem Game getappt Hab aus dem Game getappt Kani Hab aus dem Game getappt Aus dem Game getappt Hallo Rion Hallo Ja Was macht Oh Gott Was? Pass auf, gleich fängt's an zu fangen Das geht dann mal wieder Tschau Wer die Pasma geworfen Will wer mit in die Kabine? Ja, Rion Rion Ich bin im hulasch Ja heute geht das sogar mit dir Tschschi, warum bist du hurt? Warum bist du hurt? Wann bist du hurt, he? Alter, lass mich rein Lass mich rein Lass mich rein Lass mich rein Okay Leute, was macht ihr? Wir haben wieder den Türglitz Hi Kraft Ha 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 Peace Ich stand oben drauf man feiert uns übrigens ich mich auch danke guckt auf meinem kanal vorbei und abonniert mich danke ich rede ich höre ich bin ein lebendiges fass spät sich auf der radars ist doch ich bin doch gar nicht ich habe jetzt nicht ein spät sie wollen wir die corporation angehen hier bin ich hier ist zu doof ja ich bin auf dem pool auf dem pool also ich hab Zeit ich bin kein Traitor warum liegt der Käse bei mir eigentlich da hinten in der Ecke ach so ok das ist natürlich die Frage der Fragen warum liegt der Käse warum kann man den Repplinhawk nicht so oft einsetzen ich finde das schade Rini hat was sagt übrigens ich dislike den anderen Typ der gesagt hat abonniert mich mit zehn accounts aboniert mich mit zehn accounts mit einem reicht das schon ja dann hat er schon immer in ein Abo also habe ich genug heiter du kannst gerne vorbeikommen wir sind doch zum klick immer willkommen am besten bei Mass Effect da eskaliert es nämlich gerade mit Dislikes und Likes einfach vorbeikommen in der besten unter Mass Effect ich muss doch eh drücken oder hält sich gerade sehr in Grenzen mit Dislikes und Likes ah jetzt was ist denn der Dulli das ist ja am Bälle hier verfolgt du könntest dich auch zur Abwechslung auch mal umdrehen dann würdest du mich sehen ich bin dumm ich komm hier nicht hoch wir kommen beide nicht hoch du Dulli er hat er sei er kommt nicht aus dem Pool raus er ist kein Pony ach so er ist kein Pony aber er ist klein auch als großer kommt aus dem Pool raus er ist ein Pimp die kleinen Skins kommen hier nicht raus aus dem Pool das ist echt schlimm ne also so was dann suche ich mal ganz kurz ich suche generell noch mal kann es sein dass die Map lag ich bin jetzt vorher erstmal schon ich bin jetzt aus Panik gewählt Map lag ich bin vorher erstmal schon Map lag lag so wie Chris an seinem eigenen Pimp ne eigentlich leck ich an der Muschiebund vor was ach so ich habe keine Pimp gut hat sicherlich nichts naja wir wissen wir an der rechte Hand oder bist du Linkshänder das weiß ich nicht aaaah kommt wieder wer mit in der Kabine jaaah willst du das wirklich nochmal reagieren ich glaube ich gehe weg ja ich wurde auch getroffen ich suche die ganze Zeit einen Skinner drauf Rayon steckt nein Rayon getraus ok und jetzt lecken wir die Muschi das lass mir mal zu machen ich lecke mir die Muschi oder ich lecke die du nennst es einfach nicht ach komm hier Leute will doch hier man ich bin nur frei was braucht ihr denn da schon wieder bring mal ne Granate mit ficken nein der Pumperger ist doch schon geflogen und ich hab ihn doch erwischt wie die Leiche ist so verkrüppelt da liegen hä ne gleiche ich hab dich getötet oder was Alter ich hab dein Becken zerfickt so 3x Folge Trailer das kann sie schon sehen lassen hallo ich hab diesen Trailer die ganze Zeit getötet oi nachtara jaa äh nachtara hi nur so wenig Abos hättest mehr verdient als Bibi danke für das Kompliment jeder hat mehr verdient als Bibi das ist da ohne Scheiß können wir also jetzt wirklich no hate aber ne ehrlich ich bin kein Trailer man ok random kills ich will wieder Trailer sein Chris hi hi wollen wir jetzt wieder die Kabine ja komm oder aber Chris was machst du wenn ich für das mal Trailer bin warte dann häng ich komm komm rein wai 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 äh du hast auch dafür dass wir keine andere als erste generations Pokemon hier erlauben oder das ist eigentlich schon gemein obwohl nachtara ist kein erstes Generation das ist die zweite ja eben deswegen sag ich ja nur unsere erste Generation oder ja mach auf oder zu ja ich hab vorhin zugemacht du bist auf einmal reingelangt ok ok hey wer geballert so wie er legt mir die Muschi ja die Muschi wo man darf ja du bist die zweite generations Pokemon der ohne Scheiß und wie er legt mir die Muschi ja und weiter und ich war für dich schon so scheiß so scheiß entwicklungsstein das ist alles unwichtig ja legt mir die Muschi aber oh Gott die ich vertraue keinem zweite generations Pokemon ja ich seh schon warum ne also ne random kills doch ausgewichen ein HP hab ich und er hat mich trotzdem getötet ich hab gesagt wie soll die töten ihr hört ja nicht auf mich wie entwickelt man nochmal nach Tarek gibt es einen Nachtstein äh 110 Euro Mikrofon mit 4 Millionen Abus äh ich glaub du musst ihn nachts entwickeln ach ja stimmt ach ja stimmt so ging da da war noch da war noch Zeit die guten allen Pokemon-Zeiten sind lustig das sind immer noch so ja das stimmt wirklich die guten alten Pokemon-Zeiten ich sag mal bis zur Sinnoregion hab ich das noch gemocht danach wird's crap als ich eingestiegen bin waren es 476 ne ich war von Anfang an dabei als ich eingestiegen bin ja als ich eingestiegen bin das lustige ist auch die Pokemon-Serie kam im Jahr raus wo ich geboren bin ich fand auch nein ja nicht nur bei dir ne bei dir zählt halt nicht ich war früher wie du ja oh hast du nochmal Geburtstag febratur jänner oder? ja haha nach Tara töten nach Tara töten ja das finde ich ja oh ich bin angegriffen von dem Pony ja ich dachte hä ich bin irgendwo in das Trümung im Pony nach Tara böse du siehst auch deine Ringe leuchten ist das nackt das nackt Tara ich bin hier irgendwie in einem Strudel gefangen im Pool ich komm nicht raus ah ja ich bin draußen also ich würde mich würde auch Psyaner freuen das hat ein bisschen was von einem Hentai alles klar Rayon nichts über deine über deine äh getische Wissen Nick wie konnte man nochmal den Skin ändern? ähm B wie? wie? besser wie der Chris selbst auf seinem eigenen Server gibst du Shot Rifle? ne gibt's nicht ich hab einen in der Art oh das war noch Zeit das war weil das Plugin verglichscht ist ja ja das Plugin dein Kopf ist verglichscht deine Arsch was ist dein Arsch dein Arsch Digga dein Arsch ist verglichscht Alter labern wir eigentlich dein Arsch ist so verglichscht dass er einfach nur glitschig ist ähhhhhhhhh was? dieser Faker ne? hab ich nie gesagt einigen wir's auch dass ich den Wiss daran gebracht habe Chris ist doch ein richtiger Faker geworden ne? Faker wieso bin ich ein Faker? weiß ich nicht überhaupts einfach mal nur weil ich ein Witz brecher der ja kein Witz ist ja das macht normalerweise ich das ist mein ähm Nachtara ist hier ne wo ist Nachtara? äh Traderraum ne? Traderraum ne? das war ein Fester ich bin dir grad nachgelaufen um Anfangsding okay okay dann geh zu den Anfangsding wenn du von der Richtung der Kabine kommst bist du tot da geh ich gerade hin weil du gesagt hast der wenn du jetzt von der Kabine kommst bist du dann bist du tot hm ich kenn auch die genaue Kabine in die man teleportiert wird mhm er kennt die Chords ich seh nicht was sich was bewegt ich schieß mal im Horizont deswegen schaue ich jetzt mal ist da Werner? nein ich bin mir jetzt aber nicht 100% ich bin mir jetzt aber nicht 100% ich bin mir die Kabine weil ja hast du ne Kraterwaffe? die in Fragen kommen in Frage kommen hast du ne Kraterwaffe? ja das war fix ne große ich hab ne Plasma soll ich dir die Plasma auf den Kopf werfen? nein lieber nicht mann jetzt soll ich dir die Plasma auf den Kopf werfen alles klar aber egal wie alt du bist Bibi ist scheiße ja danke bleib mal stehen Pony komm mal her Pony ich bin bereits 18 ja wo war die Plasma hier war so hell die ist in meine Hand explodiert ja wann kann man hier hinter hier ist die Shot Rifle wetten die Shot Rifle habe ich rausgenommen weil sie verpackt war weil sie verpackt war ich sehe nach Tara ist am Anfangsbereich ja ich spring hier ein bisschen rum ja ich behalte dich im Auge aber nicht wie ein Lebra kranker das ist so alt ich werfe ein Auge auf dich oh Gott das ist so alt so alt wie meine Mutter nein älter kommt hin ich werfe ich werfe ich werfe ich werfe ich werfe das ist erotisch das ist erotisch das ist erotisch wenn du rumflüsterst geiler Traitor wie der Inno einfach runter springt ne jetzt opfert man sich einfach und der Inno springt einfach runter indem man die ganze Hoffnung gesetzt hat aber ich wollte mit Pony Love und bin runter gefallen und dann und dann und dann war ich tot und dann war ich traurig und dann und dann und dann und dann und dann ey das ist ey das mit den Models ist echt scheiße wenn man sich hier als jemand anderes verkleiden will das ist nur wenn man die kleinen Models nimmt muss man nicht nur den Namen schlauen sondern man muss auch den Skin einstellen das ist nur wenn man die kleinen Models nimmt ja die Körper kräuscht sich gleich auf den Skin ein und dann wird auch der Cork Jump eingeschwenkt im Allgemeinen die Jumps was nein was Jumps ich habe davon geredet wenn ich die Identität klaue wieso habe ich noch einen Sub-CAP ach so das ist Pony Love ich das ist Pony Love ich ja natürlich wenn ich gleich nichts mehr sage dann hat Uay mich tot gemacht naja ok ok also real ist ja aber du hast es gar nicht mitbekommen was ich gemacht habe das war voll doof warum bist du da runter gesprungen ich wollte dir noch zeigen was ich gemacht habe mhm mhm ja ich geh da mal ne ich geh wieder in so eine Kabine mit die Leute die sind ja daktana ja ja darf ich bitte hier drehen daktana mhm ich zieh dir mal was an ist das nackt wenn es das Pony läuft mir nach ne aber es ist blutig ja weil du mir weil du mich das ist Ketchup ja blut Ponies blut Ponies ich hab ne rainbow dashpunkt X was gibt Leute die sind zu düruf dafür das runter zu laden ich sieh beide Ponies ha 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 ich sieh beide Ponies Alter das war so close ich hätte fast abgerückt als ich geschossen habe Muntmeier 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 was ist mit Muntmeier? Rion? mhm ist klar ja Rion lebt noch die sieh beide Oh Prank Warte kurz, ich muss shoppen, warte kurz. Hi. Wie ist dir so alles gut? Hi. The dancing ponies. Aber jetzt sitzt du über Lebrakranker, oder was? Du kennst dich da doch aus. Ein Lebrakranker in der Disco, was macht der? Seid ihr da drin? Nein. Seid ihr dran drin? Seid ihr dran drin? Sein Bein schwingen. Das ist auch geil, ja. Er wirft sich aus. Tanzbein schwingen. Ich wohne eigentlich drauf aus, dass er tanzt, bis die Fetzen fliegen. Nee, der mit den Fetzen geht anders. Nee, nee, nee. Was macht ein Lebrakranker am Fußballfeld? Was denn? Er faust, bis die Fetzen fliegen. ich kann das nicht und ich darf nicht mehr raus weil er mich das war die rache ich beobachte euch ich sehe dass wenn ihr in den trader raum geht gibt es einen trick sich den visibility zu geben also wird man ja kommt gerade auf zu mir ach du saugen das wusste ja links okay aber rion ist gerade hinten irgendwo beim trader raum verschwinden das ist eine lüge wer ist zum trader raum links abgefogen nein das ist nein wer behalte du den trader raum im augen ich behalte die trainer ist wer ball hat mich an er war erst gestorben ist nein ich bin so begründung für diesen begründung für die random kill ja er war drinnen im raum dachte ich was ich bin nur hinter gegangen um eine waffe zu holen ich bin wenn der kölzelt hält mal abo hast du nein danke reden ja krass ja du hast deine abos grad verdoppelt ja ja tut mir leid wenn ich den namen falscher unsprich hier auch ein bisschen erst mal als absicht das sagt der käse dann kann er sich entschuldigen und dann hat er die psychologische angewohnheit das toll zu finden ein nämlich falsch ist die bieten das war eine das war eine hat der mann einfach nur nein ich bin ich gar keine er konnte mitglied mit in den arsch aus Ich schmeiß einfach mal ne Granate. Ja, geplassener! Oh, da ist schon irgendwer gestorben. Okay, was? Da ist wirklich gestorben? Oder? Das klang so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird da rumgeblatt. Das hört man. Ja, dezent. Okay. Wer will mir die Muschi lecken? Na komm, ich mach das. Wo bist du denn? Ich bin in einer Kabine. Ich weiß nur nicht in welcher. In einer mit ner Bank. Okay. Warte, ich schieß mal gegen die Tür, damit man sie erkennt. So. Ich hab aber Angst vor dir. Ja, shit. Was denn? Warum? Warte, ich hab übrigens meinen Skin gerne hat. Er hat einen R2D2. Ich hab darauf gespielt, dass er noch nicht weiß, dass wir wissen, dass er es ist. Wärme, 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 wärme. Wärme, wärme, wärme. Wärme, 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 wärme. Wärme, 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 wärme. Was ist wärme? Kalt, 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 warm, warm, wärmer, wärmer, heiß, heiß, heiß! Oh, verbrenn dich nicht! Was? Was denn? Okay. Wärmer, 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 kälter. Nein! Nein! Oh, niemand! R2, ich wähle dich! Ich hab'n Kippo gewonnen. Gibt's bestimmt, es gibt'n Schlüsselbund als Pokémon. Es gibt'n Bus. Das ist ne Vergewaltigung. Ich hab'n Problem, Leute. Was denn? Als ob ich das euch jetzt sage. Ich hab'n Kälter. Mi am' Kälter, mi am' Kälter, 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 Kälter. Ich hab'n kilate'n Kälte. Volle das! Ich hab'n Kälter. Wir sind sicher. Versuch muss ich live auf! Kälter, geß! Sollte sie erschießen. Nein. Oder töte das, bevor es Eier legt. Und scheiße. Chrissy, geh nehmen wir mit dir in die Kabine. Achso, machst du nicht dann so? Wir machen es doch immer wieder, weil wir es geil finden. So, Kabine, los. Moment mal, ich weiß, was ich jetzt mache. Du Schraubenhaufen. So, Kabine, komm rein hier. Du Schraubenhaufen. Chris, Fuß. Erzwo. Erzwo, deswo, wo steckst du? Komm sofort hierher. Pony. Hallo, mein Name. Ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakte. Wow. Wow. Oh, impressive. It used to. Erzwo, bitte sei höflicher zu unseren Gastgebern. Guck mal. Was? Ich muss euch alle im Blick haben. Ich glaube, er ist, er haut auf den anderen Roboter drauf. Also wirklich, Erzwo. So etwas kannst du doch nicht sagen. Warum ist ein Spezi hurt? Ja, weil er mich gestorben hat. Oh, Chris. Ich habe mich gestorben, weil er unhöflich war. Ich ziehe auf deinen Kopf, ne? Ja, ich ziehe auch auf deinen Kopf. Ich bin C3PO, aber ich ziehe auf deinen Kopf. Wer drückt zuerst ab? Ich schieße auf die Kisten. Ja! Finde ich sogar lustig, dass ihr das Detail drin haben mit dem einen Fuß. Ich finde es auch geil, wie erzwo hat, womit der Grover rumläuft. Ja, ich habe keine Waffen am Bahnen. Oh, das habe ich. Alter, wie das aussieht. Erzwo, so mit der Waffen. Da ist mir auch unsichtbar. Oder war das? Da ist mir auch unsichtbar. Kacke. Ne, Chris helf ich nicht. Halt es, Mann. Ne, der hat es nicht verdient. Halt es Moll, Alter. Du weißt doch, du kannst auch das, du bist lecker. Ja, du bist auch lecker. Was? Kacke, jetzt kaufe ich mir einfach eine Rifle. Sag mal, kann es sein, dass der Minifire nicht so hilfreich ist? Wenn man klein ist. Ne, wer kleinen Skins funktioniert, der glaube ich nicht. Ja, das ist natürlich gut zu wissen. Komm raus. Warte, ich muss kurz nachladen. Ja, nein, Pony. Ich bin ein geiler C3, Piro. Ich bin ein Bruder. Übrigens, wenn wir von Schlecken Maul halten und vorher schon von Bibi geredet haben, habe ich dann, habe ich dann einen Kommentar vorzutragen, was ich unter Bibi's Songgeld lesen habe, ne? Ficken würde ich sie. Aber sie soll dann beides im Maul halten. Ich fand das Kommentar so geil. Also, no hate. Also, just Kritik. Ich will mal wieder Traitor sein, was ist denn los? Ich fühle mich gemobbt, nicht. Du bist Traitor. Nein, ich bin ge... Traitor. Du bist der Preparing Traitor. Weil ich gleich tot bin, du warst das Pony. Nein, wir haben noch zwei Runden noch auf der Map. So, warte, warte, warte. Guck mal hier, was ich für dich habe. Lass mal. Oh, Disco. Oh, Baf. Niklas, die Messer. Awesome. Ja, ja, das bin zu schlägen zu stören. Du kämpfst nicht aus. Das Pony ist ge... Oh, scheiße. Nein. Ich habe die Shotgun. Shotgun-Fennarkampf, ne? Wir wissen es noch, was das bedeutet. Oh, nee, Mondmeyer war da, glaube ich, gar nicht dabei, oder? Shotgun-Fennarkampf sagt dir das was? Was? Shotgun? Ich habe eine. Shotgun-Fennarkampf ist gleich Trader, ne? Oh, 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 der Brenn-Fass. Hinter dem Brenn-Fass. Ich werfe nur die random-Ausse. Mondmeyer macht mir Schaden, Mondmeyer macht mir Schaden. Ich werfe random-Ausse zu den Kabinen, die im Pool gelandet ist. Oh, R2 ist hier. Hallo? R2-P's. Oh, wie gerne würde ich dir die Plasma in den Kopf schmelzen, aber ich bin leider kein Traitor. Ah. Soll ich? Oh. R2-D2, dieser exzentrische Schraubenhaufen. Bist du Traitor? Ja. Achso, ja, dann gebe ich sie dir nicht. Hier, R2-D2. Ich bin jetzt Traitor. Töte dich. Was hat Chris gerade gemacht? Hier, R2-D2. Hier, nimm die Waffe. Chris, bist du tot oder nebst du noch? Ne, Waffe. Ah! Ja, ich bin drin. Oh, nee. Was lustig ist, bei mir bin ich auch noch nach links weggegangen und dann bin ich zurückgepackt. Geil. Ich wollte oben wieder herumklettern. Warum hast du die Waffe nicht genommen? Hättest du erst die Waffe nehmen können und mich tanken. Ne. Ich war oben wieder am rumklettern, Rayon, und bin in den Tod geglitscht. Ich würde ihm ins offizielle Protokoll geben, dass ich die Pony-Love folgen vermisse. So, jetzt machen wir Random Kills. Rayon? Ich fang gleich mit dem ersten an. Ach Chris, du bist ja wahrscheinlich Traitor, ne? Dann darf ich dich killen, weißt du, letztens? Ja, ja, ja. So, drei, zwei, eins und Chris, Traitor! Hey! Das war ein Random Kill. Okay, ich fiel raus aus dem Projekt. Der Traitor ist jemand aus dem Star Wars Universum, aber das ist nur so ne Ahnung. Ich doch, der Traitor ist ein Pony. Oder? Erz2D2, nein, Erz2D2, wie wir das nie tun. Erz2, du benimmst dich doch gut, oder? Erz2. Das gibt Hate in den Kommentaren. Ich kann's nur so etwas sagen, Erz2. Diese Piepgeräusche. So Professionell Ja Hi Was geht ab, Mondmeier? Oh, er kommt mir wieder sehr bedenklich da Okay, mein Gesicht Nein, Moment, ich hab keins Komm ich da auch oben drauf als Pony? Ja, aber nicht, wenn ich auf dir bin Ich will auf Crouch Jump Alter Ja Das kommt damit Er zu diesen Schrauben Mondmeier ist Ich hab mit der Fahrt locker angeschossen Okay Leute, das gefällt dir in den Kommentaren Dass man furzt nach ein paar Sekunden Community Bowling Community Bowling Ich bin für Bowling So wie jetzt gerade bei mir Bowling mit Chris am Kopf nämlich Ich dachte, ich explodiere dann, deswegen wollte ich neben euch stehen Ne, ne Der, der den nur anschießt, der furzt Na das dauert ein bisschen Aber ich hab's halt gemerkt, weil der Schuss von hinten kam Team Room Mann Kino rappt mir auch schon, Leon Kino rappt mir auch schon, Leon Nee, nicht in meiner Aufnahme Kino Kino Kino